Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich mache heute eine Fundamentalanalyse von Procter & Gamble. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung. Es stellt keine Anlageberatung dar und jeder ist für seine Anlageentscheidung selbst verantwortlich. Außerdem bin ich nicht in das Unternehmen investiert. Und jetzt starten wir mit den Basisdaten des Unternehmens. Procter & Gamble ist ein US-amerikanisches Unternehmen und erfindet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer 852062. Das Unternehmen beschäftigt rund 106.000 Mitarbeiter. Und es berichtet in einem abweichenden Geschäftsjahr von Juli bis Juni. Procter & Gamble ist weltweit tätig. Das Unternehmen vertreibt verpackte Markengüter. Dabei steht die Marke Procter & Gamble nicht im Vordergrund. Die Geschäftsbereiche könnte man gliedern unter Schönheit, Rasieren, Gesundheitsfürsorge, Stoff- und Haushaltspflege, Baby, Feminine & Family Care. Die Procter & Gamble hat wahnsinnig viele Marken am Start, deswegen möchte ich hier nur einige exemplarisch nennen. Die beiden letztgenannten stammen aus der Sparte Rezeptfreie Medikamente des deutschen Pharmakonzerns Merck. Und diese gesamte Sparte gehört seit 2018 zu Procter & Gamble. Vertriebsmäßig bespielt die Procter & Gamble natürlich alle bekannten Kanäle. Großeinzel- und Lebensmittelhändler, Drogerien, Parfümerien, Kaufhäuser und Apotheken, Friseursalons und natürlich das Internet. Procter & Gamble ist der unangefochtene Platzhirsch der Branche, sowohl nach Marktkapitalisierung als auch nach Umsätzen. Für uns kleine frei verfügbar sind ca. 35% der Anteilsscheine und 65% sind in festen Händen. Das Herz jeder Fundamentalanalyse sind natürlich die Zahlen und die schauen wir uns jetzt an. Am Anfang stehen natürlich die Umsätze und hier sehen wir es in der Grafik sofort. Die Entwicklung ist so, wie es sein sollte, permanent steigend. Im Geschäftsjahr 2022 hatte die Procter & Gamble 80,2 Milliarden US-Dollar an Umsätzen. Rechts seht ihr die TTM-Zahlen, das bedeutet Trailing 12 Month, das sind praktisch die letzten 4 Quartale. Das ist ein künstliches Jahr, ist deswegen auch farblich abgesetzt, gibt uns aber einen Hinweis, wie es denn aktuell so läuft. Die Entwicklung scheint sich deutlich abgeschwächt fortzusetzen. Umsätze sind natürlich eines, wie schaut es denn mit den Gewinnen aus? Und die Gewinne konnten permanent gesteigert werden. Die beiden Zahlen in 18 und 19 sind ja eine Sondersituation. Denn durch die Übernahme der rezeptfreien Medikamentensparte der Merck, wie wir vorher gehört haben, sind ja zwei Geschäftsjahre betroffen. Weil wegen des abweichenden Geschäftsjahres sich das Kalenderjahr 2018 mit der einen Hälfte im Geschäftsjahr 2018 und mit der anderen Hälfte im Geschäftsjahr 2019 befindet. Lassen wir diesen Sondereffekt außen vor, dann haben wir eine permanente Steigerung der Umsätze auf 14,8 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Und aktuell sehen wir, liegen wir noch nicht auf Kurs, da muss sich die Procter & Gamble schon noch ein bisschen anstrengen. Ein besseres Gefühl fürs Business bekommt man immer relativ, deswegen schauen wir uns jetzt die Netto-Umsatzrendite, also das Verhältnis zwischen Gewinn und Umsatz an. Und hier sehen wir, dass die Entwicklung nicht so eindeutig ist. Im Geschäftsjahr 2022 landen wir bei 18,4 Prozent und das war schon mal mehr. Und die absteigende Tendenz setzt sich im aktuellen Geschäftsjahr fort. Alles nicht dramatisch, aber eine Skalierung haben wir hier nicht. Trotzdem läuft das Business richtig gut. Wie schaut's aus Anlegersicht aus, schauen wir uns mal die Eigenkapitalrendite an. Und hier kann die Procter & Gamble richtig punkten mit 31,6 Prozent im Geschäftsjahr 2022. Und im aktuellen Geschäftsjahr scheint es sogar noch etwas erfreulicher zu laufen. Für Anleger ebenfalls wichtig ist die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals, des sogenannten ROCKE. Die absoluten Zahlen sind gut, aber noch wichtiger ist die Tendenz und die Tendenz geht aufwärts und natürlich gefällt mir das. Auch hier können wir schon mal einen Haken dran machen und jetzt schauen wir weiter auf potenzielle finanzielle Risiken. Und wir beginnen mit der Bilanzstruktur mit Eigenkapital und Fremdkapital. Die Tendenz ist hier uneinheitlich. Beim Fremdkapital sehen wir eine leichte Abnahme im Geschäftsjahr 2022 auf 70,4 Milliarden US-Dollar. Aber dieser Rückgang ist auf TTM-Basis fast schon wieder Geschichte. Und auch der leichte Eigenkapitalaufbau in 2022 hat sich aktuell schon wieder erledigt. Klassischerweise als Value-Investor würde man sich jetzt die Eigenkapitalrelationen anschauen. Die Dauergäste wissen es bereits, meines Erachtens ist das viel zu kurz gegriffen. Und deswegen das Alleinstellungsmerkmal auf meinem Kanal. Wir verarbeiten hier die beiden Bilanzpositionen Other Intangibles und Goodwill. Diese beiden Positionen durften früher nämlich aufgrund des Anlegerschutzes gar nicht in Bilanz und Eigenkapital eingestellt werden. Heute darf man das und das macht uns Kleinen das Leben richtig schwer. Weil wenn man vorsichtig ist, dann muss man die Bilanz um diese beiden Positionen bereinigen. Das macht Arbeit, aber ich habe das für euch erledigt, schauen wir uns das mal an. Und wie von Zauberhand landen wir dann beim Substanzwert und wir sehen, der ist negativ. Im Geschäftsjahr 2022 minus 16,5 Milliarden US-Dollar und natürlich gefällt mir das überhaupt nicht. Und die Tendenz schaut noch viel schlimmer aus. Jedenfalls liegt die Eigenkapitalquote bei guten 38 Prozent ein bisschen knapp, aber gar nicht so schlecht. Aber die Substanzwertquote ist dicke, negativ und natürlich gefällt mir das überhaupt nicht. Das erste finanzielle Risiko haben wir damit schon identifiziert. Schauen wir doch mal auf die Liquidität mit der Current Ratio. Bei Werten ab 1,5 beginnt man sich wohl zu fühlen. Wenn man einen negativen Substanzwert hat, dann erwarte ich persönlich da immer einen kleinen Aufschlag. Leider ist nix mit Sicherheitsaufschlag, im Geschäftsjahr 2022 landen wir bei wirklich schwachen 0,7. Und aktuell setzt sich die schwache Tendenz weiter fort, natürlich gefällt mir das gar nicht. Beim nächsten Punkt geht es um die Zukunftsfähigkeit mit der Reinvestment Rate. Hier sollte mindestens der langfristige Trend über 100 Prozent liegen. In der Grafik sehen wir, dass die Procter & Gamble diese Hürde ohne Problem überspringt. Hier brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Jetzt kommt die vielleicht wichtigste Kennzahl von allen, der Free Cash Flow. Hier sehen wir, was Sache ist, denn der Free Cash Flow ist nur sehr schwer über Bilanzkosmetik zu beeinflussen. In der Grafik sehen wir es auf einen Blick. Bis 2021 war die Welt absolut in Ordnung, aber seitdem ist so ein bisschen der Wurm drin. Zwar auf hohem Niveau, denn im Geschäftsjahr 2022 hatte die Procter & Gamble einen Free Cash Flow von 13,6 Milliarden US-Dollar. Aber auch im aktuellen Geschäftsjahr läuft es nicht wirklich besser und hier zeichnet sich ein Trend ab. Das letzte Risiko ist die Zinstragfähigkeit und wir sehen es auf einen Blick, da braucht man sich keine Sorgen machen, Haken dran. Und damit schauen wir uns jetzt die Preis-Wert-Relation der Procter & Gamble an. An der Börse kostet die Aktie aktuell 152 US-Dollar und 19 Cent. Und damit hat das Papier auf Jahressicht rund 6 Prozent verloren. Aktuell hat die Procter & Gamble ein KCV, also ein Kurs-Free Cash Flow Verhältnis von 27,4. Und wir sehen auf einen Blick, dass das der teuerste Wert im Zeitraum ist. Beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBDA liegen wir aktuell bei 20 glatt. Die Bewertung der Procter & Gamble ist hier im Fünf-Jahres-Vergleich zwar deutlich zurückgekommen, allerdings liegt sie immer noch erheblich über dem Branchenbenchmark. Auch bei der Entwicklung der Buchwerte pro Aktie haben wir nur ein gemischtes Bild. In 2022 konnte die Procter & Gamble auf 19 US-Dollar und 11 Cent zulegen. Allerdings schaffen die Zuwächse die angestrebten 10 Prozent pro Jahr nicht. Und im Jahr 2018 war der Buchwert pro Aktie schon mal deutlich höher. Beim Gewinn pro Aktie landen wir in 2022 bei 5 US-Dollar und 81 Cent. Die Entwicklung der gezahlten Dividende pro Anteilsschein ist erfreulich und im Geschäftsjahr 2022 waren das 3 US-Dollar und 52 Cent. Insgesamt landen wir bei einer Dividendenrendite von 2,4 Prozent. Für einen Dividendenwert ist das für mich akzeptabel, mehr nicht. Und weil hier schon öfter die Frage aufkam, wo denn mein Zielkorridor liegt, für mich beginnt eine akzeptable Dividendenrendite bei 4 Prozent. Damit schauen wir uns jetzt die Bewertung der Procter & Gamble an. 51 Prozent der Analysten wollen die Procter & Gamble kaufen, 46 Prozent wollen eher abwarten, nur 3 Prozent wollen sie ganz schnell wieder loswerden. Die Kursziele liegen dementsprechend zwischen 122 und 170 US-Dollar pro Anteilsschein. Bei der Cash Conversion Rate, also der Fähigkeit aus Gewinnen Free Cash Flows zu erzeugen, landen wir nur bei mittelmäßigen 0,9. Bei der Free Cash Flow Rate, also der Fähigkeit aus Umsätzen Free Cash Flows zu erzeugen, landen wir bei 16,4 aktuell. Aber wir sehen es in der Grafik, im 5-Jahres-Vergleich ist das der schlechteste Wert. Bevor wir jetzt den inneren Wert der Aktie abschätzen, benötigen wir noch die Sicherheitsmarge. Ich mache das nicht pauschal, sondern ich bin ein Freund davon, die Ergebnisse der Analyse in die Abschätzung des Risikos einfließen zu lassen. Was mich bisher erheblich gestört hat, war die negative Substanzwertquote und in Kombination dazu die viel zu geringe Current Ratio. Und so landen wir insgesamt bei einer sehr hohen Sicherheitsmarge von 35,25 Prozent. Zur Abschätzung des inneren Wertes der Aktie benutze ich ein Discounted Cash Flow Verfahren. Allerdings in einer speziellen Ausprägung, nämlich in einer vierzügigen Szenario-Rechnung. Wenn euch das genauer interessiert, dafür habe ich ein etwas längeres eigenes Video gemacht, in dem wir dann auch gemeinsam einen Excel-Rechner aufbauen. Das Video habe ich euch verlinkt. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis, nämlich aktuell den Wert der Aktie mit 152 US-Dollar und 19 Cent. Wenn man das Ergebnis der vierzügigen Analyse zusammenfasst, könnte man sagen, die Aktie ist ungefähr fair bewertet und bietet leichtes Abwärtsrisiko. Und ein weiteres, sehr modernes Instrument zur Unternehmensbewertung ist der Economic Value Added. Dafür nimmt man die Rendite auf das investierte Kapital und bereinigt sie um die Kapitalkosten. Ein bisschen platt gesagt, wenn man die Finanzierungskosten abgezogen hat, bleibt dann eigentlich noch Rendite übrig. Positiv gesehen, es ist grün mit 1,2 Prozent, aber die Rendite ist natürlich nicht so wahnsinnig dicke. Damit kommen wir jetzt zur abschließenden Bewertung in der SWOT-Analyse. Beginnen wir mit den Stärken. Die Procter & Gamble hat starke Marken, eine breite Geschäftsbasis und an sich ziemlich stabile Margen. Was mir gar nicht gefällt, ist natürlich der negative Substanzwert, insbesondere in Kombination mit der schwachen Current Ratio. Dann haben wir zusätzlich noch eine relativ hohe Extended Payout Ratio. Das ist dahingehend interessant, weil die Procter & Gamble ja als Buy-and-Hold-Aktie, also als Wert für Witwen und Waisen gilt. Aber gerade für Value-Investoren ist diese Kombination toxisch. Das sollte man sich gut überlegen. Jedenfalls sollte man diese riesigen sehenden Auges eingehen. Auf der anderen Seite haben natürlich gerade die guten Marken und die breite Ausrichtung der Procter & Gamble eine starke Preissetzungsmacht zur Folge. Das bietet Chancen für die Zukunft und hat auch in der Vergangenheit immer wieder zu Umsatzzuwächsen geführt. Auf der Risikoseite haben wir natürlich wieder unsere Standardrisiken, Inflation, Rezession und die Supply Chain. Allerdings stellen sich in dieser Kombination für die Procter & Gamble noch ein paar zusätzliche Fragen. Die erste Frage ist, kann Procter & Gamble Rezession? Und damit hängt natürlich zusammen die Frage nach dem Wachstumspotenzial. Das Management war bisher verwöhnt und musste sich noch nie in einer Rezession beweisen. Und das Problem der Markenhersteller kennen wir als Verbraucher alle. Wenn's eng wird im Geldbeutel, dann kaufen wir halt No-Name. Das bisherige Wachstum von Procter & Gamble beruht aber vor allen Dingen auf Preiserhöhungen. Lege ich das jetzt alles in den Topf, dann macht die Procter & Gamble vor allen Dingen Spaß, wenn man sie bereits im Depot hat. Die Frage, die sich mir stellt, sind die Zukunftsaussichten der Procter & Gamble so rosig, dass man die Aktie kaufen muss? Ich glaube nicht. Für mich ist Procter & Gamble daher eine klassische Halteposition. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie steht ihr zur Procter & Gamble? Schreibt mir's in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Und jetzt meine Bitte um Unterstützung, natürlich kostenlos. Wenn's euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und einen Kommentar. Am besten abonniert ihr gleich den Kanal, dann versäumt ihr mich. Und natürlich freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn's wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box. Bis zum nächsten Mal.